Willkommen zu unserem Podcast Das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful World Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100 Prozent bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, Irrlehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Anderson in längeren Episoden einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Schlag deine Bibel auf, Matthäus Kapitel 24 in Vers 29, da heißt es, Sogleich aber nach der Trübsal jener Tage wird die Sonne sich verdunkeln und der Mond den Schein nicht geben, und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel. Es gibt viele Prediger, die behaupten, Jesus kann jederzeit wiederkommen. Er könnte heute wiederkommen, nach dieser Predigt. Er könnte morgen wiederkommen oder September 2023. Aber Jesus kommt nicht jederzeit wieder, denn wenn du aufmerksam mitgelesen hast, da heißt es sogleich aber nach der Trübsal jener Tage, und dann wird erscheinen das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel, Vers 30. Wann kommt Jesus wieder? Sogleich nach der Trübsal jener Tage. Erst kommt die Trübsal, die große Trübsal, dann kommt Jesus wieder und dann wird er uns entrücken. Denn es heißt in Vers 31, und er wird seine Engel senden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden von einem Ende des Himmels bis zu dem anderen. Also er wird seine Auserwählten sammeln, das heißt uns Christen sammeln, entrücken, wir werden Jesus begegnen und für immer beim Herrn sein. Wann geschieht das? Sogleich nach der Trübsal jener Tage. Die Bibel ist eindeutig, dass Jesus nicht jederzeit wiederkommt, sondern wir haben einen Anhaltspunkt. Wir wissen natürlich nicht den Tag noch die Stunde, aber wir haben sehr wohl Anhaltspunkte. Wir wissen, dass Jesus nach der Trübsal wiederkommt. Das ist eindeutig. Wenn du aufmerksam, ehrlich mitgelesen hast, dann ist es eindeutig. Und warum sage ich, dass Leute, die behaupten, Jesus könne jederzeit wiederkommen, Verführer sind? Nun, die Bibel sagt in 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 2, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch ein Wort noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Und bevor ich weiterlese, muss ich etwas zur Übersetzung sagen. Leider ist es so, dass alle deutschen Bibeln diesen Vers falsch übersetzt haben. In der King James Bibel heißt es at hand, also nicht schon da, sondern at hand. Also es würde dann heißen im Deutschen ungefähr, als wäre der Tag des Christus nahe, als stünde der Tag des Christus vor der Tür, so sinngemäß. Wie ich schon oft gesagt habe in vorherigen Folgen, die Schlachter 2000 ist die beste deutsche Übersetzung, ist eine sehr gute Übersetzung. Du bist mit der Schlachter auf der richtigen Seite. Das ist leider ein Fehler, den sie macht. Trotzdem, die Schlacht ist eine gute Übersetzung. Leider ist es ein Fehler, den alle deutschen Bibeln machen, dass sie hier eben sagen, als sei der Tag des Christus, als wäre der Tag des Christus schon da. Es müsste heißen, als wäre der Tag des Christus nahe. Und dann heißt es in Vers 3, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch, der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Also jemand, der behauptet, Jesus könne jederzeit wiederkommen, der ist ein Verführer, der verführt dich mit dieser Aussage. Warum? Denn es heißt hier in Vers 3, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch, der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Also der Tag des Christus ist nicht nahe. Jemand, der das behauptet, ist ein Verführer, denn es muss eben zuerst der Antichrist kommen. Der anstatt Christus, der sich in den Tempel Gottes setzt, es heißt in Vers 4, der sich wieder setzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Der behauptet, Jesus zu sein, der Messias zu sein. Und hier ist das Ding, die meisten Christen, die sich als Christen bezeichnen, die werden den Antichristen annehmen. Sie werden denken, ach, das ist Jesus. Jesus ist wiedergekommen. Denn Jesus kann ja jederzeit wiederkommen angeblich. Und sie werden aber wen annehmen? Den Antichristen. Denn wer kommt zuerst? Das ist der Antichrist oder Jesus? Zuerst kommt der Antichrist. Es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen, der Sohn des Verderbens geoffenbart werden. Zuerst kommt der Antichrist, dann kommt Jesus. Also kann Jesus jederzeit wiederkommen? Auf keinen Fall. Jemand, der das behauptet, verführt sich. Er behauptet, der Tag des Christus ist nahe. Aber nein, der Tag des Christus ist nicht nahe, denn es muss zuerst der Antichrist kommen. Wir wissen also aus Matthäus Kapitel 24, Vers 29, dass die Entrückung, dass Jesu Wiederkunft nach der Trübsal geschehen wird, nachdem der Antichrist geoffenbart wurde. Erst danach kommt Jesus wieder. Wir haben also sehr wohl Anhaltspunkte, wann Jesus wiederkommt. Es gibt aber Verführer, wie zum Beispiel Roger Liby, die behaupten, aber der Tag des Christus, das ist nicht die Wiederkunft Jesu. Der Tag des Christus ist nicht die Entrückung. Aber das ist ganz einfach falsch. Das ist ganz einfach gelogen. Denn die Bibel sagt in 1. Thessalonicher, in Kapitel 4, Vers 17, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Also er redet hier eindeutig von der Entrückung. Wir werden entrückt werden. Wir werden dem Herrn begegnen. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Und dann geht es aber weiter, der Gedanke in Kapitel 5, von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüder nicht zu schreiben, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie der Dieb in der Nacht. Also was ist der Tag des Herrn im Kontext? Die Entrückung. Der Tag des Herrn ist die Entrückung. Und der Tag Christi, der Tag des Herrn, ist eben nicht nahe, denn es muss unbedingt zuerst der vollkommen, zuerst der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, geoffenbart werden. In Offenbarung Kapitel 6 lesen wir außerdem in Vers 12 und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete und siehe, ein großes Erdbeben entstand und die Sonne wurde schwarz wie ein Herrenersack und der Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde und so weiter. Und dann heißt es in Vers 17, denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Was haben wir gelesen in Matthäus Kapitel 24? Dass die Sonne verfinstert wird, der Mond wird seinen Schein nicht geben. Dann wird erscheinen das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel. Dann wird Jesus seine Auserwählten sammeln, wir werden entrückt werden. Das deckt sich mit Offenbarung Kapitel 6 Vers 12, wo wir eben sehen, dass die Sonne schwarz wird, der Mond wurde wie Blut und in Vers 17, der große Tag seines Zorns ist gekommen. Der Tag seines Zorns kommt eben erst nach der Trübsal. Wir werden nach der Trübsal entrückt. Jesus kommt nicht jederzeit wieder, erst nach der Trübsal, nachdem die Sonne schwarz wurde, der Mond seinen Schein nicht gibt und dann kommt erst der Zorn Gottes über die Gottlosen. Dann sind wir aber entrückt. Wir werden also nach der Trübsal entrückt werden vor dem Zorn Gottes. Lass dich nicht verführen von Verführern, von Schwätzern wie Roger Dibi, die behaupten, dass Jesus jederzeit wiederkommen könnte. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Ich habe dir eindeutig gezeigt, was die Bibel sagt. Jesus kommt nicht jederzeit wieder, sondern erst nach der Trübsal. Diese Lehre, dass Jesus jederzeit wiederkommen könnte, ist eine verheerende Lehre, denn sie führt dazu, dass Christen faul werden. Dass sie einfach nur denken, ich warte einfach darauf, dass Jesus wiederkommt. Er könnte jederzeit wiederkommen und hey, wir müssen nicht mehr so viel machen. Jesus kommt sowieso. Vielleicht morgen wieder. Es führt dazu, dass Christen faul werden, nicht Seelengewinn gehen und ich keine Beispiele dafür, dass Christen aufgrund dieser Lehre nicht Seelengewinn gehen. Nicht das Evangelium predigen, denn Jesus kann ja jederzeit wiederkommen. Das ist eine falsche Lehre. Jemand, der das behauptet, ist ein Verführer. Das heißt nicht, dass derjenige nicht gerettet ist. Aber es ist eine verführende, falsche Lehre. Jesus kommt nicht jederzeit wieder. Tut mir leid, dass ich deinen Traum zerstöre. Ja, aber ich will dir die Wahrheit sagen. Jesus kommt erst nach der Trübsal wieder. Ja, wir müssen durch die Trübsal gehen. Dann wird die Sonne verfinstert werden. Der Mond sein Schein nicht geben. Jesus kommt wieder. Wir dann erst kommt der Zorn Gottes.